So, jetzt muss ich doch einfach hier nochmal zeigen, wie wunderschön hier dieses Tal von Berndshausen ist. Das ist einfach klasse. Da könnte man glatt meinen, man macht irgendwo Urlaub. Was weiß ich, in der Schweiz oder in Österreich, aber das ist hier bei uns in Deutschland, ist gar nicht weit weg von Herborn. Das kann man eigentlich so auf sich kaum vorstellen. Das ist einfach faszinierend. Wie wunderschön das ist. Schade, dass die Sonne schon untergegangen ist. Sonst kann man hier noch ein bisschen mehr sehen. Ich hätte ein bisschen mehr von diesen Eindrücken, aber ich finde es einfach nur klasse. Absolut genial.